Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir für dieses Video überlegt, dass ich mal wieder so ein What I Eat in a Week mache. Das habe ich ja letztes Jahr schon mal gemacht und irgendwie hat mir das voll Spaß gemacht. Aber ich kann mittlerweile, tatsächlich würde ich jetzt mal behaupten, auch noch mal ein bisschen besser kochen oder habe noch ein paar bessere Rezepte und so ausprobiert. Deswegen dachte ich mir, war das vielleicht ein ganz interessantes Video. Kleines Klammer, wie immer vorneweg. Ich will nicht, dass ihr euch in irgendeiner Art und Weise ein Beispiel daran nehmt, wie viel ich esse. Jeder Mensch ist so unterschiedlich. Wir haben alle einen unterschiedlichen Alltag. Wir machen alle unterschiedlich viel Sport. Wir sind unterschiedlich groß, unterschiedlich schwer. Es gibt so viele Faktoren, die da eben mit reinspielen. Deswegen möchte ich nicht, dass sich da jemand an meinen Portionsgrößen oder irgendwas in die Richtung ein Beispiel nimmt. Ich bin zum Beispiel relativ klein. Ich weiß nicht, ob ich für meine Größe jetzt viel oder wenig esse. Keine Ahnung. Ist auch komplett egal. Es passt auf jeden Fall für mich. Ich versuche relativ intuitiv zu essen, also einfach darauf zu achten, dass ich halt satt bin und dann höre ich halt auf zu essen sozusagen. Aber ja, ich finde Essen ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Deswegen wollte ich das vorneweg klären. Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber mal an. Wir haben Montagmorgen gerade. Und ich mache jetzt als allererstes mein Frühstück. Also wir sind von uns gerade in meiner Küche. Und ich werde jetzt mein Frühstück machen. Ich habe heute eigentlich hauptsächlich vorzulernen. Ich muss nochmal kurz in die Stadt. Und heute Abend bin ich auf Geburtstag. Auf jeden Fall gibt es bei mir Chia-Pudding. Ich habe das, wie gesagt, auch schon über Nacht vorbereitet. Also ich habe gestern Abend schon alles gemacht. Und ich werde jetzt den Chia-Pudding noch fertig machen. Also da fehlt noch so ein kleines bisschen was. Und ich freue mich da tatsächlich auch schon drauf. Ich bin super gespannt, wie er schmeckt. Ich bin super gespannt, wie er schmeckt. Ich war gerade bei Zeit für Brot und habe mir was zum Mittagessen geholt. To be honest, das ist so sehr ungesund. Aber es war mir komplett egal. Und zwar habe ich mir eine Zimtschnecke geholt mit Schokolade. Falls ihr noch nie mehr Zeit für Brot wart, müsst ihr da mal unbedingt hin. Ich meine, die haben so leckere Zimtschnecken. Ich werde die jetzt essen und dabei irgendwie YouTube oder so schauen. Ich muss danach nochmal was für die Uni machen. Ja, wobei das eigentlich eine Schokoladenschnecke ist. Also ich glaube, da ist gar kein Sinn drin. Aber egal. Es ist jetzt Abendessenzeit. Und ich habe mein Abendessen auch, wie ihr vielleicht hier im Hintergrund sehen könnt, schon gemacht. Ich habe nämlich einfach nur das Essen von gestern aufgeirbt. Das heißt, ich habe heute nicht großartig gekocht, was ganz gut passt, weil ich ja jetzt dann gleich auf den Geburtsack gehe und ich halt noch irgendwas zu essen gebraucht habe. Tatsächlich liebe ich es voll, einfach Essen von gestern zu machen oder aufzuwärmen. Also einfach doppelt zu kochen oder halt einfach mehr zu kochen und dann den Rest am nächsten Tag zu essen. Das spart irgendwie super viel Zeit und ist irgendwie auch praktischer, weil man so alle Zutaten aufbrauchen kann. Gerade weil ich ja meistens für mich alleine koche. Und heute gibt es das hier. Ich zeige es euch auch gleich nochmal in einer Aufnahme. Auf jeden Fall sind das Nudeln mit einer Tomatensahmesauce und Burrata. Ich habe, to be honest, ein bisschen viel Soße, ein bisschen wenig Nudeln. Aber egal, ich esse lieber zu viel Soße als zu wenig Soße bei Nudeln. Guten Morgen, wir haben heute Dienstag. Ich sehe gerade, glaube ich, noch ein bisschen verpennt aus, aber egal. Ich nehme euch heute wieder damit mit, was ich alles so esse. Und wir fangen jetzt gleich mit dem Frühstück an. Ich werde für meinen Freund, der ist nämlich auch da, und mich ein Avocado-Brot machen. Ich liebe Avocado-Brot übrigens, falls ihr es nicht wusstet. Ich glaube, das ist sogar eines meiner absoluten Lieblings-Frühstücks-Ideen. Deswegen werde ich das jetzt machen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an und machen Frühstück, weil ich habe echt Hunger. Ich lue jetzt gleich wieder. Also das hier ist jetzt mein Frühstück. Das ist jetzt das Frühstück von meinem Freund. Ich mag es immer lieber, wenn mein Ei überbacken ist. Mein Freund mag es lieber, wenn das Spiegei noch so aussieht. Deswegen sehen die so unterschiedlich aus. Und ich habe noch so von Just Spices so ein Avocado-Brotgewürz drauf gemacht. Oder so ein Topping ist das, glaube ich, mehr als ein Gewürz. Wir haben mittlerweile ein bisschen später. Ich stelle euch mal ganz kurz ab. Wir haben mittlerweile ein bisschen später. Wir haben so Mittagnachmittag und ich habe jetzt richtig Hunger. Ich freue mich, ich wundere über meine Frisur, weil vielleicht völlig dem einen oder anderen auch. Aber die ist ein bisschen anders. Ich war beim Friseur. Also ignoriert, dass ich jetzt anders aussehe, wie in dem letzten Clip, den ihr gesehen habt. Aber wir machen auf jeden Fall jetzt irgendwas Kleines zum Mittagessen. Irgendein Brot, irgendwas, das schnell geht. Ich habe nämlich Hunger und ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen muss es ja irgendwas sein, das fix geht. Ich schaue einfach, was ich in den Kühlschrank noch so da habe. Ich denke, es wird wirklich irgendwas mit einem Brot sein. Ich werde auch nachher noch einkaufen gehen. Aber das schaffe ich jetzt wahrscheinlich vorher nicht mehr. Deswegen mache ich das jetzt als erstes. Freunde, ich kriege jetzt ein Haul mit allem, was ich eingekauft habe. Ich dachte mir, das passt thematisch ganz gut ins Video. Also kriegt ihr jetzt einen kleinen Einkaufshall. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr auch einfach den Part skippen. Das erste ist tatsächlich gar nichts zu essen. Aber das ist euer Zeichen, euch selbst Blumen zu kaufen. Ihr braucht niemanden dafür. Ihr könnt einfach euch selbst schöne Blumen aussuchen. Ich liebe die Blumen von Aldi tatsächlich, weil die sind immer relativ günstig. Also diese Tulpen haben jetzt 2 Euro gekostet. Und ich finde gerade, Blumen machen halt immer mega viel aus der Wohnung. Deswegen, ach, ich liebe es. Ich mache die Tulpen auch gleich in eine Vase, damit die halt so frisch bleiben. Dann, an Essen habe ich mitgenommen, einmal Erdbeeren. Ich will morgen wahrscheinlich wieder French Toast machen. Ich habe das letzte schon mal gemacht und ich finde es so lecker. Und es schmeckt halt richtig gut mit Früchten. Deswegen einmal Erdbeeren. Dann habe ich eine Süßkartoffel mitgenommen. Dann Eier. Eine Gurke. Feldsalat. Kichererbsen. 2 Bananen. So eine Kochcreme. Mozzarella. Burrata, of course. Ich liebe Burrata. Käse. Hafermilch. Eine Packung normale Kartoffeln. Also das andere war eher eine Süßkartoffel. Briochebrot. Das brauche ich für meinen French Toast morgen. Dann so Knuspermüsli. Eine Apokale. Und da war ich noch bei DM und habe ein bisschen was eingekauft. Ich dachte mir, ich zeige euch das auch kurz. Da sind noch 2 Lebensmittel dabei. Und zwar habe ich einmal Tofu gekauft. Damit werde ich jetzt auch mein Abendessen machen. Ich bin super gespannt darauf. Ich habe nämlich so viele TikToks schon gesehen. Zu dem ganzen Tofu-Thema. Dass viele irgendwie sagen, dass es einfach nur richtig zubereitet werden muss. Dass es dann gut schmecken soll. Weil ich bin euch ehrlich, in der Vergangenheit war ich jetzt nicht so der größte Tofu-Fan. Aber wir probieren das heute Abend aus. Dann habe ich mir einmal Kaffee gekauft. Weil ich habe mir eine French Press bestellt. Die kommt morgen an. Und dann kann ich die direkt austesten. Deswegen, ja, ich bin gespannt, ob der überhaupt schmeckt. Keine Ordnung. Ich hatte den noch nie. Aber ich dachte, ja, ich kann den ja einfach mal austesten. Und dann Non-Food-Related. Aber vielleicht ist es ja irgendwie auch ganz cool. Ich habe mir einmal so einen Mini-Kamm für Locken gekauft. Weil ich mir in letzter Zeit voll gerne Locken mache. Aber wenn ich die mit einer normalen Bürste auskämme, sind die halt direkt wieder draußen. Deswegen wie so eine Art so Locken-Kamm. Dann so Haarspangen für morgens, wenn ich mein Make-up mache. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Die sollen halt so verhindern, dass ihr so einen Knick in den Haaren kriegt. Und als letztes habe ich mir Fake-Nägel gekauft. Ich muss dazu sagen, ich habe das noch nie gemacht. Das wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Ich habe normalerweise immer Naturnägel. Aber meine Naturnägel sehen momentan so schlimm aus. So irgendwie dachte ich so. Kann ich die mal ausprobieren. Und ich fange jetzt an zu kochen, weil ich habe echt Hunger langsam. Und ich fange jetzt an zu kochen. Von Far Away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone so I'm gonna try hard. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Schmeckt das auch oder war das ein Fail? Ich habe ein bisschen Angst bei dem Tofu. Ich bin wirklich eigentlich kein Tofu-Fail. Und ich wollte es halt ausprobieren, weil ich mir so dachte, so komm, da bleibt nochmal eine Chance. Ich habe übrigens Sweet Chili Soße drüber gemacht. Okay, wir probieren das jetzt mal. Es schmeckt wirklich erstaunlicherweise ziemlich gut. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also tatsächlich glaube ich, diese Marinade ist das, was so am geschmackintensivsten ist. Und ich glaube, wer das nicht drauf, würde es mir gar nicht schmecken. Aber so und in Kombination mit dieser Sweet Chili Soße finde ich es eigentlich geil. Und auch mit dem Reis und dem Brokkoli. Nice. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Ich werde es jetzt essen. Und ja, ich melde mich dann nachher nochmal, weil ich werde wahrscheinlich noch einen Nachstisch essen. Das finde ich eigentlich nice. Also wir haben mittlerweile 10 und ich bin immer noch am Statistik machen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich gönne mir noch einen Snack. Und zwar einmal Erdbeeren und dann so zwei so Lindor-Kugeln. Ich hatte richtig Bock auf Erdbeeren. Ich fand es richtig toll, dass der Aldi welche hatte heute. Und ich liebe Schokolade. Und ich brauche ein bisschen Nervennahrung dafür, deswegen yay. Guten Morgen. Wir machen heute French Toast zum Frühstück. Und ich liebe French Toast. Ich habe das vor zwei Wochen mal ausprobiert und das dann richtig oft gemacht. Und deswegen werde ich das heute wieder machen. Und ich werde euch jetzt dabei mitnehmen. I hope you enjoy. Das hier ist jetzt das fertige Frühstück. Ich habe die French Toast einfach nur noch mit Honig praktisch getoppt. Und habe dann Blaubeeren und Erdbeeren drauf gemacht. Und solche Schoko-Drops. Und jetzt, ich freue mich jetzt zu essen. Also ich habe mir gerade eben mal was zum Mittagessen gemacht. Ich weiß, das ist ziemlich spärlich für Mittagessen. Aber ich bin gerade am Lernen die ganze Zeit. Und ich hatte jetzt keine Zeit und irgendwie auch keine Lust, mir was Aufwendigeres zu machen. Deswegen habe ich eben hier einfach ein Müsli gemacht. Und dafür habe ich einfach das hier verwendet. Das ist von Köln. Einfach so ein Kluspermüsli. Dann ganz normale Haferflocken, Chiasamen und noch eine Banane reingeschnitten. Und das werde ich jetzt während dem Lernen weiter essen. Guten Morgen. Ich habe schon gelernt heute, aber ich habe noch nichts gegessen. Ich habe mir gerade eben wieder ein Avocado-Brot gemacht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich mache mir schon meistens morgens ein Avocado-Brot. Oder manchmal, wenn ich keine Lust habe, dann irgendwie French Toast oder irgendwie Joghurt oder sonst irgendwie was. Also tatsächlich bin ich jemand, der nicht oft dasselbe frühstücken kann. Weil es geht mir die Zeit auf den Geist, wenn ich jeden Tag dasselbe frühstücke. Ich weiß nicht warum, aber ich kann das einfach nicht. Früher in der Schule habe ich jeden Morgen einfach Müsli gegessen. Aber das geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr. Also kommentiert mal, ob ihr jeden Tag dasselbe frühstückt oder ob ihr auch mal unterschiedliche Sachen esst. Auf jeden Fall habe ich mir ein Avocado-Brot gemacht. Ich zeige euch das jetzt gleich. Und ich habe das erste Mal bei einer neuen French Press einen Kaffee gemacht. Ich habe nämlich tatsächlich keine Kaffeemaschine gehabt. Und ich habe mir jetzt eine French Press bestellt. Und habe mir so ein Latte Macchiato gemacht. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze jetzt schon aussieht. Also das hier ist jetzt basically beim Frühstück. Einfach ein Brot mit Avocado, Tomate und Gewürz drauf. Und dann mein Latte Macchiato. Es ist mittlerweile Zeit fürs Mittagessen. Und ich nehme euch wieder dabei mit. Diesmal ein bisschen ausführlicher. Ich werde nämlich einen Salat machen. Aber ein bisschen einen fancieren Salat. Also ein bisschen mehr Stuff, was drin ist. Das dauert auch ein bisschen länger, den zuzubereiten. Aber da ich eh die ganze Zeit daheim bin, passt es ganz gut. Und ich finde den Salat sehr lecker. Ich habe dann auch schon öfter gemacht. Und ich dachte mir, ich share mal ein bisschen das Rezept mit euch. Let's go. Und ich finde den Salat. Mein Salat ist jetzt fertig. Ich werde den jetzt ganz in Ruhe essen. Ein bisschen YouTube wahrscheinlich schauen. Und melde mich dann zum Abendessen nachher wieder. Ich werde mir jetzt Cappelletti mit Spinatsahnesauce machen. Falls ihr nicht wisst, was Cappelletti sind. Das sind diese gefüllten Nudeln praktisch. Ein bisschen wie Tortellini von der Art her. Und das geht relativ schnell, weil die müssen nämlich nur ganz kurz in den Topf. Also nur so zwei Minuten oder so. Und ich habe echt Hunger. Und die werde ich jetzt machen. Und dabei halt noch diese Spinatsahnesauce als Sine machen. Das passt ganz gut, weil in denen ist ja auch Spinat drin. Und dann mache ich noch so ein bisschen Käse drüber. Ja, ich glaube, das wird ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Also das hier ist jetzt mein Abendessen. Das werde ich jetzt entspannt essen und dabei wahrscheinlich wieder YouTube oder Netflix oder so gucken. Guten Morgen. Ich habe mir eine Bowl gemacht und Kaffee. Ich habe mir eine French Press bestellt und habe das gestern erst mal mit meinem Freund ausprobiert. Und es war eigentlich ganz gut. Aber auf jeden Fall freue ich mich jetzt mein Essen zu essen. Ich habe mir so eine Joghurt Bowl gemacht. Und die sieht eigentlich echt nice aus. Deswegen wollte ich die jetzt snacken. Die Bier mittlerweile ist schon Mittag. Ich sitze hier die ganze Zeit an meinem Schreibtisch, weil ich tatsächlich seit heute Morgen Uni mache. Etwas zum Essen machen. Das dauert ein bisschen länger, aber das ist kein Problem, weil ich habe gerade auch noch nicht so viel Hunger. Weil ich relativ spät gefrühstückt habe. Und zwar werden wir so Crunchy Potato Dinger machen. Es gibt so einen viralen Kartoffelsalat auf TikTok. Erst habe ich überlegt, ob ich den machen soll. Aber ich hatte keinen Bock, die ganzen Suchtaten zu kaufen. Deswegen mache ich einfach nur diese Crunchy Kartoffeln mit einem Dip nebendran. Das reicht mir auch voll. Und ich nehme euch wieder dabei mit. Ich fange jetzt erst mal an, einfach nur die Kartoffeln zu kochen. Die brauchen eh ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Also mein Mittagssnack ist jetzt fertig. Ich habe die Kartoffeln gerade mal in eine Schorle rein, damit ich die einfach so snacken kann nebenbei. Dann habe ich hier einmal meinen Gurkendip. Ich hatte leider nur Joghurt. Normalerweise würde ich das vielleicht mit Quark machen. Ich glaube, das wäre nochmal nicer. Aber ich habe mir noch so ein bisschen Guacamole gemacht, weil ich nämlich noch eine halbe Avocado da hatte. Und die wahrscheinlich schlecht geworden wäre, wenn ich die jetzt nicht gemacht hätte. Deswegen habe ich heute zwei Dips, aber auch irgendwie nice. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen was am Laptop machen. Genau. Das hier ist jetzt mein Abendessen. Das ist einfach der Salat von gestern. Ich sehe gerade so bescheuert aus. Bitte ignoriert das einfach kurz. Ich weiß gar nicht, wie ich mich überhaupt hinsetzen soll, dass ich nicht irgendwie... Ich wollte hier auch ein bisschen Reality verbreiten. Wir haben gerade 22.30 Uhr und ich hatte Bock auf ein McFlurry bzw. auf ein Eis. Deswegen bin ich zu McDonalds gefahren. Ich war gerade trainieren. Für alle, die es nicht wissen, ich habe mit Eiskunstlauf angefangen. Ich war gerade in der Eishalle. Ich war irgendwie heute voll unzufrieden mit meinem Fortschritt. Und irgendwie habe ich das jetzt einfach gebraucht. Deswegen habe ich mir gerade ein McFlurry geholt und den werde ich jetzt essen. Und dabei irgendwie vielleicht Podcast hören oder so. We'll see. Bis zum nächsten Mal.